Für weihnachtliche Stimmung sorgte am Samstagabend die ARD mit dem Adventsfest der 100.000 Lichter, moderiert von Florian Silbereisen. Doch schon zu Beginn der Sendung platzt den Zuschauern im Netz der Kragen. Am Samstagabend, 30. November, versammelte sich, wie so häufig, die Schlager-Elite der Republik in einer Show von Florian Silbereisen. Punktzahlreiche Stars treten auch dieses Mal in seiner Weihnachtsshow auf, von Andrea Berg bis hin zu Semino Rossi. Sogar Helene Fischer legte einen Überraschungsauftritt hin. Doch nicht einmal nach 10 Minuten platzt den Zuschauern der Kragen. Zahlreiche Zuschauer hatten pünktlich um 20.15 Uhr eingeschaltet. Singend schreitet Florian Silbereisen eine Treppe hinab und eröffnet damit das Adventsfest der 100.000. Doch was ihnen präsentiert wurde, enttäuschte die Zuschauer. Der Grund? Sowohl Florian Silbereisen als auch anschließend Inka Bause sangen Playback. Silbereisen und Bause, ganz schlimmes Playback, dabei machten sie Mundbewegungen, während die Musik eingespielt wurde. Punkt in den sozialen Netzwerken sind Zuschauer in Aufruhr. Ganz schlimmes Playback, also alles wie immer, schreibt ein Nutzer beim Kurznachrichtendienst X. Ein weiterer Zuschauer wird noch deutlicher, nicht mal Playback kann Frau Bause. Punkt in einem anderen Kommentar heißt es, wozu haben Semino Rossi und Florian Silbereisen die Earbuds am Ohr? Sie singen nicht live. Das ist absolut überflüssig und bringt nichts, wenn es hörbar Playback ist. Eher peinlich. Punkt ein User meint außerdem, die haben echt gute Stimmen und müssen so eine traurige Playback-Nummer aufführen. Schade. Generell kam der Auftritt von Inka Bause bei vielen Zuschauern nicht gut an. Inka Bause singt seit neuestem wieder, warum? Fragt ein User bei X. Muss jetzt Bauer sucht Frau zum Adventsfest? Fragt ein anderer. Gott schalkt zu Gast bei Silbereisen, im weiteren Verlauf sind beim Adventsfest der 100. 000 Lichter zahlreiche Stars anwesend. Überraschungsgast Helene Fischer präsentierte Songs aus ihrem neuen Kinderalbum. Thomas Gottschall glas aus einem Buch vor, und konnte sich einen fiesen Seitenhieb gegen einen TV-Kollegen nicht. Man kann ta Animativen, die um die Agora bauten, die du vorbequen? Werfenst du? Der We场 vegetatно. Werfenst du?